Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen noch einmal zu den IT Security Jobs. Heute das letzte Mal und zwar mit den sehr exotischen Jobs, die wir uns heute angucken wollen. Und zwar sind das genau drei an der Zahl, die wir uns heute angucken wollen. Wir wollen anfangen mit dem sogenannten Incident Responder. So, wir hatten schon mal Incident Response. Was ist denn eigentlich Incident Response? Nun, Incident steht für Vorfallen, das heißt, wenn zum Beispiel ein Cyber Security Breach passiert, ja, das kommt vor, das kommt in großen Firmen sogar relativ häufig vor. Und der Responder, naja, der macht natürlich das, was er machen soll, er antwortet darauf. Und das heißt nicht, er hackt jetzt irgendwie die Angreifer zurück, sondern er schaut bei sich im Unternehmen, was kann ich eigentlich tun, was ist schief gegangen, so, was ist überhaupt abhandengekommen. Ihr habt vielleicht schon öfters mal gesehen, bei Twitter zum Beispiel, bei dem großen Hack, der da passiert ist, hey, es wurden zum Beispiel nur die Nutzernamen geklaut, so, die sind sowieso öffentlich, also nichts ist passiert. Teilweise bekommt ihr aber auch mit, hey, da wurden Passwörter geklaut, da wurden E-Mail Adressen geklaut, solche Dinge. Das sind Sachen, die ein Incident Response Team erledigt. So, und ja, natürlich muss ich dazu ein gewisses Maß an Forensik können. Ich muss irgendwie meine Anwendung untersuchen können. Ich muss rausfinden, zum Beispiel, indem ich meine Logs untersuche, wer hat was wann gemacht eigentlich. Und ich muss natürlich auch, das ist ganz, ganz wichtig, sofort agieren. Das heißt, ich muss so schnell wie möglich, wenn irgendwas passiert ist, agieren, rausfinden, was da gerade passiert und denjenigen dann auch aus meinem System rausschmeißen. So, dazu muss ich natürlich auch mit Monitoring eine gewisse Erfahrung haben und natürlich auch mit, ja, Techniken, die Angreifer quasi identifizieren. Also sowas wie, ja, im Endeffekt Monitoring Systeme, die merken, wenn jemand reinkommt. Also sowas wie Intrusion Detection Systeme. So, und ja, natürlich muss ich mich auch vorbereiten für den Ernstfall. Das heißt, natürlich, im besten Fall haben wir keine solchen Ernstfälle, aber die ganz großen Unternehmen, die brauchen natürlich so ein Incident Response Team und zum Beispiel auch Universitäten oder sowas haben eigentlich immer ein Incident Response Team. Und, ja, das wird dann aktiv, wenn was passiert. Aber eine Kernaufgabe ist auch, eine klare Vorgehensweise zu haben, wenn wirklich ein Notfall eintritt. Das heißt, man bereitet sich darauf vor, was könnte schief gehen und was mache ich in dem Fall, wenn was schief geht. Also wirklich so einen klaren Ablauf haben. Erstmal Angreifer rausschmeißen, dann Schwachstelle reparieren, beziehungsweise Systeme offline nehmen, damit der Angreifer nicht einfach wieder rein kann. Dann die Kundenanfragen zum Beispiel beantworten. Also, ja, man kriegt es ja dann normalerweise als Kunde auch relativ bald mit. Und wenn nicht, muss das Incident Response Team auch dafür sorgen, dass die Kunden das mitbekommen. Beziehungsweise es muss zumindest mitteilen, was geklaut wurde zum Beispiel. All das sind Aufgaben und am Ende steht natürlich auch immer wieder das Backup. Wenn zum Beispiel eine Ransomware kommt, dann muss man auch dieses Backup wieder einspielen können und, ja, dann eben dafür sorgen, dass da nicht wirklich Schaden dabei rumgekommen ist. Und das heißt, möglichst den Schaden minimieren und eine klare Struktur haben, was passiert, wenn wirklich was Schlimmes passiert. Dazu müsst ihr euch natürlich auskennen mit den großen Gebieten Forensik. Ihr müsst euch auskennen mit Backups, mit Programmiersprachen, weil ihr die Anwendung auseinandernehmen müsst. Und ihr müsst euch sehr, sehr gut mit Betriebssystemen auseinandersetzen und sie kennen. Das heißt, wenn euer Server auf Linux läuft, dann müsst ihr wirklich sehr gutes Wissen über Linux haben und, ja, damit dann eben rausfinden, was passiert ist. Und teilweise auch ein bisschen Netzwerk-Traffic, wobei das eher nicht unbedingt immer relevant ist. Das kommt auf die Anwendung drauf an. Der Clou an der ganzen Sache ist, ihr müsst dazu nicht zwingend studiert haben. Und das ist ganz, ganz geil für viele Leute, die vielleicht Quereinsteiger sind. Ihr braucht nicht unbedingt einen Bachelor in IT-Security oder in Informatik generell, sondern ihr könnt in manchen Betrieben auch tatsächlich ganz normal so einsteigen, also indem ihr zum Beispiel erstmal mitentwickelt zum Beispiel und dann könnt ihr da irgendwie in die Security abwandern oder als Systemadministrator oder eben durch einfach ein Jobangebot. Gehalt ist auch ganz ordentlich, so 50.000 bis 60.000 Euro im Jahr, wenn man eine Weile dabei ist, kann man schon verdienen und in den Führungspositionen sogar mal über 100.000, also ist nicht übel. Man hat aber auch natürlich eine gewisse, ähm, nun ja, eine gewisse Last auf den Schultern, weil wenn was passiert, dann muss man agieren und dann muss man einen kühlen Kopf bewahren. Das heißt, mit Stress dürft ihr keine Probleme haben. Also, das ist, äh, ja, das ist sicher. Ähm, wenn was passiert, dann werdet ihr auch Überstunden schieben, also mal so 14 Stunden am Tag, gar kein Thema, aber dann kann es halt passieren, dass ihr den Rest der Woche, wenn das Ganze geklärt ist, einfach mal frei habt und die ganzen Überstunden abfeiern könnt. Und das heißt, ihr müsst auch eine gewisse Flexibilität natürlich an den Tag legen und, ähm, ja, ansonsten eigentlich ein relativ attraktiver Beruf. Aber, ähm, und ich habe jetzt gerade gesagt, ähm, dass da natürlich auch Forensik dazu gehört. So, was haben die Angreifer eigentlich gemacht? In Loks durchwühlen und so weiter. Man kann sich natürlich auch auf Forensik spezialisieren und hier kommen wir zu unserem zweiten Job, dem IT-Forensiker. So, diese IT-Forensiker haben erstmal, zumindest denkt man das, ähnliche Aufgaben, ähm, wie in der Incident Response. Sie wollen eben rausfinden, quasi, wer es gewesen ist. So, und, ähm, das bedeutet aber, ähm, dadurch, dass sie sich auf Forensik spezialisiert haben, haben sie eigentlich nur einen Bruchteil der Aufgaben. Das heißt, die müssen jetzt nicht irgendwie wirklich alles machen, was das Forensik, äh, was das Incident Response Team macht, sondern die müssen eben wirklich nur Forensik machen. Scheint erstmal leichter zu sein, aber sind dadurch, die Forensiker sind dadurch natürlich normalerweise deutlich mehr spezialisiert. Und diese Spezialisierung führt dazu, dass sie natürlich nicht nur in Loks rumwühlen oder in der Anwendung gucken, was ist da abhandengekommen, sondern sie sind häufig oder fast immer eigentlich auch bei Behörden zu finden. Und das sind die Leute, die quasi für die Polizei irgendwelche Festplatten auseinandernehmen und dann sagen, hey, da war das und das drauf. So, wegen diesen Leuten, ähm, wollen viele Leute zum Beispiel, äh, ihren Arbeitsspeicher permanent leeren. Also, wenn jetzt irgendwie die Polizei klingelt, dann ziehen manche einfach direkt den Stecker, damit der Arbeitsspeicher nicht mehr so gut ausgelesen werden kann. Oder sie überschreiben ihre Festplatten irgendwie siebenmal, damit man da möglichst nicht mehr dran messen kann, was war da eigentlich, welches Bit war an welcher Stelle. So, das sind die Leute, die eure Festplatten wiederherstellen, um eben dann Strafverfolgung zu machen. Wenn ihr was angestellt habt zum Beispiel, ähm, ihr wart irgendwie im Darknet unterwegs und habt dort Mist gebaut, ähm, dann kommen die Leute zu euch, also die Polizei kommt zu euch und, äh, ja, die Festplatten von euch werden dann untersucht. Das heißt, es ist eigentlich ein bisschen eine andere Forensik, okay? Also ich meine, ähm, Forensiker stellen zum Beispiel verbrannte Festplatten wieder her oder, ähm, stellen, ähm, eben Festplatten, Daten wieder her und versuchen da möglichst viel rauszubekommen. Ähm, während im Incident Response, dort ist es eigentlich eher so, wer hat gerade in diesem Moment irgendwie auf diese Anwendung zugegriffen, ähm, was sagt mein Intrusion Detection System, ähm, was, was ist da eigentlich gerade passiert? Und in der, naja, in der Forensik, die man bei der Polizei findet, da hat man eigentlich nicht wirklich zeitlich irgendwelche Probleme. Also klar, natürlich ist es schlimm, wenn die Festplatte irgendwie schon zehnmal überschrieben wurde, aber im Normalfall, ähm, kommt es da auf eine Stunde mehr oder weniger auch nicht an. Und deswegen ist es eigentlich nicht so tragisch, wenn man da ein bisschen sich Zeit lässt, weil man eben sich auf die Hardware mehr spezialisiert und dort versucht, diese Daten zum Beispiel wieder auszulesen, nicht eben auf die Applikationen häufig. Kann natürlich auch mal vorkommen, dass man sich auf die Applikationen konzentriert, aber häufig eben eher auf die Hardware. Ähm, so, und ja, das sind so die zwei, naja, forensischen, ähm, forensischen Arbeitswege, die ihr einschlagen könnt. Ähm, man verdient als Forensiker auch ein bisschen, also als reiner Forensiker ein bisschen weniger als bei einer Incident Response Team Mannschaft sozusagen, oder Frauenschaft. Und, ähm, ja, deswegen so 50.000 bis 60.000 kann man durchaus auch verdienen, aber die Führungspositionen liegen da ein bisschen niedriger, so bei 80.000. Und bei den Behörden generell, ähm, ist man nicht so gut bezahlt wie jetzt in der Wirtschaft meistens. Aber, ja, das ist immer nur so eine Geschmackssache. Mag man das oder mag man es vielleicht eher nicht? Möchte man das tun oder möchte man es eher nicht tun? Kommen wir zu unserem dritten großen Beruf. Und, äh, der hat relativ wenig mit allen bisherigen Berufen zu tun. Denn, ja, er ist ein ganz besonderer Beruf und zwar der Kryptologe, beziehungsweise die Kryptologin, ja. Ähm, das ist ein Spezialist, der sich auf Kryptografie spezialisiert hat. Und den werdet ihr relativ selten, ähm, in der Wirtschaft sehen. Weil in der Wirtschaft oder in der Industrie nimmt man normalerweise einfach das, was diese Kryptologen gemacht haben und packt das dann quasi in seine Applikation rein. So, ihr werdet relativ selten irgendwen finden, der tatsächlich irgendwie selbst implementierte Kryptoverfahren verwendet. Das ist auch aus gutem Grund so. Weil Kryptoverfahren, wenn die implementiert werden, kann man sehr, sehr viel falsch machen. Und dafür gibt es eben die Kryptologen. Die kennen sich mit Kryptografie aus. Und die wissen, was RSA 4096 ist. Sie wissen aber nicht nur, was es ist, sondern sie können euch auch beweisen, warum das Ding sicher ist unter gewissen Annahmen. Und wenn diese Annahmen gebrochen werden, daran forscht man natürlich auch die ganze Zeit, dann wissen die ganz genau, aha, dann muss ich also auf ein anderes Kryptoverfahren umsteigen. Wir haben das schon wirklich sehr exzessiv in meiner Kryptografie-Playlist gemacht. Da könnt ihr gerne mal reingucken. Die ist wirklich, sagen wir mal, umfangreich. Die gibt euch ein gutes Bild, was eigentlich ein Kryptologe so macht. Und ja, natürlich deswegen ist auch ein Kryptologe meistens in der Uni tätig, beziehungsweise manchmal auch in Behörden oder in der Industrie, wenn man zum Beispiel forschen möchte. Also Google zum Beispiel hat ja seine eigene Zertifizierungsstelle. So, das heißt, Google forscht auch ganz gerne mal an neuen Kryptoverfahren zum Beispiel. Und die haben da auch was Cooles entwickelt. Kleiner Funfact hier am Rande. Die haben zum Beispiel mit AI, also mit künstlicher Intelligenz, ein Kryptoverfahren entwickelt, was leider sehr schwer zu analysieren ist, ob das jetzt wirklich sicher ist oder nicht. Aber niemand außer den beiden AIs kann jetzt miteinander kommunizieren. Das ist ein geiles Ding. Aber ja, man kann es halt leider nicht wirklich beweisen. Deswegen für Kryptologen eher uninteressant, weil man halt diese AIs braucht und man sich auf die verlassen muss. So, aber es ist cool und interessant zu sehen. Und Forschung, wie gesagt. Und ja, wir wollen natürlich immer besser werden. Wir wollen eigentlich alles erforschen und deswegen brauchen wir sowas auch definitiv. Sie wollen also mathematisch irgendwelche Verfahren berechnen und brechen. Sie wollen neue Angriffe entwickeln. Eben das, was Kryptografen so machen. Was auch ein großer Aufgabenbereich ist, und das ist relativ interessant, ist die Implementierung von Kryptoverfahren. Denn bei der Implementierung kann relativ viel schief gehen. Das glaubt man jetzt erstmal nicht. Ich meine, im Endeffekt ist es ja einfach nur eine mathematische Berechnung. Aber es kommt da wirklich auf einzelne Return Statements teilweise an. Das heißt, wenn wir uns mal den Code zum Beispiel vorstellen. Und ja, da hat man bei Xbox einen Seitenkanalangriff gefunden. Und zwar hat man gemessen, wie lange eigentlich die Funktion gebraucht hat bei Xbox, um einen Wert zurückzugeben. Also um einem zu sagen, hey, das ist skriptografisch nicht okay, was du da gerade gemacht hast. So, diese Signatur ist nicht von dir. Und man hat die Zeit gemessen. Das heißt, der erste Buchstabe wurde quasi, so könnt ihr euch das vorstellen, überprüft. Der zweite Buchstabe wurde überprüft und so weiter. Und jedes Mal, wenn es schief gegangen ist, hat man ein Return zurückgegeben. Also Return False sozusagen. Und ganz am Ende hat man Return True zurückgegeben. So, und dann konnte man jetzt anhand der Buchstaben messen, wie weit man gekommen ist. Und dadurch konnte man quasi jeden Buchstaben einzeln messen. Und ja, anhand der Antwortzeit konnte man ausrechnen, wie weit oder wie viele Buchstaben ich eigentlich richtig habe. Und dadurch konnte man die, also quasi den Random Faktor stark reduzieren. Und das ist einfach wahnsinnig faszinierend. Aber sowas erfordert dann natürlich einen Kryptologen, dass der sich den Code anschaut und sagt, ah, natürlich, ja klar, Seitenkanalangriff hier, man misst einfach die Zeit. So, das dürft ihr so nicht implementieren. Ihr müsst euch das Ganze in Boolean speichern und am Ende den Boolean zurückgeben. So, das ist einfacher Fix, aber man muss natürlich erst mal draufkommen und das Verfahren erst mal untersuchen und erst mal verstehen, was da eigentlich passiert ist. Oder überhaupt erst mal den Angriff verstehen. Ja, das machen Kryptologen. Und seit neuestem, also was heißt seit neuestem, seit jetzt auch schon einigen Jahren, ja, Blockchain ist jetzt auch nicht mehr das jüngste, gibt es eben Blockchain-Entwickler. Das heißt wirklich Entwickler und, ja, Kryptografen natürlich dann auch, die hier versuchen, neue Verfahren zu entwickeln, von dezentralen Datenbanken im Endeffekt. Blockchain ist nichts anderes als eine dezentrale Datenbank. Viele benutzen es als Geld, aber das muss natürlich nicht sein. So, ich kann damit machen, was ich möchte und das ist natürlich auch in der Industrie immer wieder gefragt. Und da versuchen manche, also mittlerweile gehen schon wieder viele her und sagen, hey, ich nehme einfach eins, was besteht, ich nutze das Verfahren. Manche gehen immer noch her und programmieren sich ihre eigene Blockchain und da brauche ich natürlich auch ein gewisses, naja, Krypto-Verständnis, auch wenn es nicht mehr ganz so viel ist. Und viele Kryptografen gehen jetzt in diese Richtung so ein bisschen. Okay, ja, ihr habt gesehen, vieles davon haben wir schon in Tutorial-Reihen abgedeckt. Forensik natürlich noch nicht so sehr, Kryptografie haben wir zuhauf abgedeckt, weil es einfach super faszinierend ist. Ich mache das auch selber ganz gerne, weil es einfach so, boah. Und ja, das ist relativ cool. Schaut euch da gerne mal was an. Und wenn ihr jetzt in diesem Bereich einen Job finden wollt, dann schauen wir uns jetzt noch was an. Denn ja, natürlich muss man erst mal einen Job bekommen, um dann sich weiterhin auf seine Richtung spezialisieren zu können. Und genau das findet ihr bei GetInIT. GetInIT ist eine Webseite, die für euch komplett kostenlos ist und ihr könnt hier euren Job raussuchen. Einfach mal nach IT-Security suchen. Und ihr seht, hier gibt es unfassbar viele Jobs für IT-Security. Richtig coole dabei. Ich habe da mal durchgeguckt vor ein paar Tagen auch wieder. Und ja, natürlich, das Angebot wird ständig erweitert. IT-Security-Menschen sind sehr gefragt, okay? Und das Ding ist jetzt, ihr müsst euch nicht irgendwie raussuchen, bei wem ihr euch bewerben wollt oder sonst irgendwas machen, sondern was ihr jetzt machen könnt, ist, ihr könnt einfach euer Profil ausfilmen. Das heißt, hier zum Beispiel eintragen, wie ihr heißt, wie man euch erreichen kann, was für Skills ihr habt, euer Skill-Level jeweils einschätzen und dann natürlich eure Sprachen und so weiter und so fort, was für eine Abschlussarbeit ihr gemacht habt und so weiter und so fort. Und wenn ihr das alles gemacht habt, dann werden sich die Firmen bei euch bewerben. Denn ja, das ist quasi das Konzept. Also ihr bewerbt euch nicht, sondern die Firmen bewerben sich bei euch, weil die Firmen wollen ja, dass ihr bei ihnen arbeitet. Und für euch ist das Ganze auch komplett kostenlos. Und ja, ihr könnt es auch gerne einfach mal ausprobieren, wenn ihr Interesse an einem Job habt. Wir haben das jetzt schon ein bisschen hier gemacht, also ein paar Mal jetzt hier diese Promotion gemacht. Und ja, das Ergebnis ist unglaublich gut. Viele von denen, die hier wirklich ihr Profil angelegt haben, haben hier auch tatsächlich schon ein Jobangebot bekommen. Das freut mich wahnsinnig. Deswegen bin ich auch immer wieder glücklich, wenn ich das an euch weitergeben darf, sodass ihr das auch mitbekommt. So, das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch viel Spaß. Links sind natürlich alle in der Beschreibung und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.